So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Ich glaube, ich werde bekloppt. Jetzt hauen die schon wieder das nächste Ding raus. Es ist 3.54 Uhr. Ich war jetzt gerade fertig. Ich habe vorhin noch das Apex Lugia, Crypto Lugia, Apex Crypto Ho-Oh aufgenommen, hochgeladen. Habe jetzt Raid am Mittwoch fertig gemacht, was dann heute Abend kommen soll. Ich wollte jetzt eigentlich ins Bett, weil ich um 10 aufstehen wollte, um 11 Rates für Zuschauer, dann mit Dioxys, wegen Shiny Hand und allem, was die Leute jetzt gerne vielleicht mitnehmen möchten, wenn sie das noch nicht bekommen haben. Fest stand, dass am Freitag ein neues Event startet, nämlich das Vorbereitungsevent für die Joto-Tour. Also es gibt eine Vorbereitungswoche für die Joto-Tour ab Freitag. Jetzt habe ich gedacht, okay, haben sie nicht rausgehauen, machen sie immer so montags, naja, mal gucken, irgendwann wird es schon kommen. Jetzt hauen sie es jetzt raus, nachdem sie vorhin das andere rausgehauen haben, alles wieder auf einmal. An dem Bild sieht man schon mal Folgendes. Oh, ein Voltoball und zwar nicht der normale, sondern eben der Hisui. Elektroball meine ich natürlich. Tut mir leid, ich bin müde, ich bin fertig mit der Welt. Ich muss jetzt einfach nur noch da durch, weil ich einfach morgen keine Zeit habe und deswegen muss ich das jetzt noch machen. Und den nächsten Tag habe ich keine Zeit, also hauen wir das jetzt noch raus. Eine Woche habt ihr nämlich Zeit, euch auf die Joto-Tour vorzubereiten, die Freitag nächste Woche kommen. Und das beginnt jetzt Freitag diese Woche, damit ihr also eine Woche lang Bälle sammeln könnt, sozusagen. Und nicht nur Items, sondern halt auch Pokémon, die aussehen wie Bälle. Und dazu gibt es auch ein Debüt von eben dem Hisui-Elektro-Ball. Das Hisui-Volto-Ball wurde ja schon eingeführt, konnte man nicht entwickeln. Alle waren verdutzt. Jetzt ist es dann auch möglich, diesen zu entwickeln. Und das komische Ding gibt es ja auch. Könnt ihr euch anziehen, könnt ihr euch kleiden, wenn ihr das so machen wollt. Ich kenne das nicht, weiß nicht, was das ist, aber ihr werdet das kennen, dieses beliebte Maskottchen. Was steht jetzt aber hier genau? Wow. Items in Hülle und Fülle beim Event Go-Tour bleibt am Pokeball. Das Event heißt Go-Tour bleibt am Pokeball. Trainer, seid ihr bereit für die Pokémon Go-Tour Joto? Um euch auf das Event einzustimmen und sicherzustellen, dass ihr mehr als genug Pokebälle habt, um eure Lieblings-Pokémon aus der Joto-Region zu fangen, veranstalten wir das Event Go-Tour bleibt am Pokeball. Das ist jedoch noch nicht alles. Verschiedene ballähnliche Pokémon werden auftauchen. Außerdem legt Hisui-Lektroball sein knisterndes Debüt in Pokemon Go hin. Also fangt euch ein Hisui-Wolto-Ball und erheischt einen Blick in die Hisui-Region von Pokemon-Legenden-Arceos für Nintendo Switch. Euer aller Lieblings-Spiel, was man neben Pokemon Go momentan immer so zockt, wenn man Bock hat, wenn man eine Switch hat und wenn man mal mehr über die Hintergründe, die Anfänge von dem ganzen Pokemon-Gedöns wissen möchte. Und natürlich kann es kein Pokeball-Event ohne Balduin geben. Ich kenne nur Balduin, das Nachtgespenst, aber Balduin, das Maskottchen von Pokemon Go? Mit einem neuen Balduin-Avatar-Artikel könnt ihr euch als dieses beliebte Maskottchen der Gala-Pokémon-Liga verkleiden. Deswegen kenne ich das wahrscheinlich noch nicht, weil das wohl zu Schwert und Schild gehört und das habe ich noch nicht gespielt. Also, Go-Tour bleibt am Pokeball. Freitag, 18. Februar, 10 Uhr geht das Ganze los, bis Freitag, der 25. Februar, 20 Uhr, weil ja am Samstag dann die Jodo-Tour ist. Also, diesen Freitag, 10 Uhr, gibt es besondere Spawns, hier steht alles nochmal dabei. Hisio-Electro-Ball. Nach intensiver Forschung konnte Professor Willow bestätigen, dass Hisui-Voldoball, ein Pokemon, das bekanntermaßen die Hisui-Region des Spiels bewohnt, sich tatsächlich zu Hisui-Electro-Ball entwickeln kann. Ihr benötigt 50 Voldoball-Bonbons, um es weiterzuentwickeln. Sieht halt dann hier so grimmig aus, böse. Neue Avatar-Artikel. Ja, das war schon alles. Guck da, tschüss, bis nächste Woche. Ihr könnt also euer Pokemon weiterentwickeln. Ihr könnt euch als Balduin verkleiden. Es wird eine befristete Forschung geben. In dieser befristeten Forschung wird es Pokebälle als Belohnung geben, damit ihr auch ja welche dann am Freitag habt. Nächste Woche wilde Pokemon, habt ihr gehört, sollen ballähnliche sein. Folgende Pokemon erscheinen häufiger in der Wildnis. Ab Freitag, 10 Uhr. Voldoball, Hisui-Voldoball, Smogon, Merrill, Walma, Monozyto, Tanpignon. Sieht ja von oben aus auch wie ein Pokeball. Die anderen sind rund oder sind Bälle oder sind sonst was. Hisui-Voldoball aber nicht als Shiny. Tanpignon nicht als Shiny. Monozyto nicht als Shiny. Der Rest tritt hier als Shiny auf. Voldoball, Smogon, Merrill, Walma ist aber jetzt auch nichts Neues dabei. Und mit etwas Glück begegnet ihr folgenden Pokemon. Pummeluf, Electro-Ball, Huzasa und Galaflunschlik. Galaflunschlik als Shiny ist, glaube ich, noch eher selten bei vielen. Also nutzt die Chance vielleicht für einen Galaflunschlik, ja. Oder lasst es. Lasst es am besten alles bleiben. Boni, euer Kumpel, bringt euch Geschenke, die Pokebälle enthalten. Damit haben wir eigentlich schon fast alles. Außer Belohnungen für Feldforschungen. Schließt bestimmte Feldforschungsaufgaben ab, um Pokebälle, Superbälle und Hyperbälle zu verdienen. Das soll jetzt wirklich ein Vorbereitungsevent sein für die Joto-Tour. Nächste Woche am Samstag. Und deswegen habt ihr jetzt von Freitag bis Freitag eine Woche Zeit, euch mit Bällen einzudecken. Oder Bälle zu werfen und Bälle zu fangen. Die ihr dann nicht nutzen könnt, weil die Pokemon Bälle sind. Und ja, fangt einfach alles, was da ist. Viele freuen sich sicherlich jetzt, dass sie also ihr Elektro-Ball entwickeln können. Ihr Hisui. Aus dem Woldo-Ball heraus. Ansonsten, ja, ist das eigentlich eine kleine, geschmeidige Vorbereitungswoche ohne viel Neues. Was sind eure Ziele? Braucht ihr noch einen Shiny von denen, die abgebildet sind? Werdet euch als Balduin das Nachtgespenst verkleiden? Oder beziehungsweise das Pokemon-Maskottchen, was hier steht? Ich nicht. Da hört der Spaß bei mir auf, ne? Deswegen ist der auch so ärgerlich und genervt, weil die so rumblödeln. Denn ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich muss jetzt wirklich ins Nest, da es nämlich um 11 Uhr schon wieder weitergeht. Mit? Jetzt wollte ich sagen, Pokemon-Legenden Arceus. Nein. Mit? Hier, die Oxus-Raids für Zuschauer auf der Shiny-Suche in der Normalform und abends natürlich dann die Raid-Mania und dann kommt noch Raid am Mittwoch und es ist schon wieder viel zu viel und alles vollgestopft. Egal. Grüße gehen raus, wer das jetzt noch in der Nacht schaut. Schreibt es mal runter, um wie viel Uhr ihr das geschaut habt. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.